Yo Leute und seid herzlich willkommen zu diesem kleinen Info-Video. Ja, ich wollte eigentlich nur in diesem Video kurz sagen, aber euch ist wahrscheinlich auch selber schon aufgefallen, in letzter Zeit kamen nicht so oft Videos, da der Alex und ich zur Zeit nicht so viel Zeit haben. Und ja, mehr wollte ich auch eigentlich nicht sagen. Ich denke, ab den Osterfern kommen ja ein bisschen mehr Videos, weil wir dann mehr Zeit haben. Und ja, haut rein und das war's.